Du hast noch keine Freunde? Findet ihr jetzt neue... Nein! Das steht da jetzt nicht! Nein! 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 Oh nein! So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge SG und ja, heute spielen wir auf der Aston C. Ja, und zwar habe ich heute ein kleines Themachen. Erstmal möchte ich hier Vote... Vote... Nehmen wir mal Glade. Die sagt mir nämlich gerade... Äh... Drei. So. Und zwar sagt ihm nämlich gerade nichts vom Namen. Deswegen ist es eigentlich mal ganz cool so ein paar neue Maps kennenzulernen. Und zwar habe ich heute ein paar Themen anzusprechen. Hack der bitte nicht. Oh Mann. Ich hatte heute jetzt schon so viele Hacker und... Hab ich einmal ne Runde gehabt. Und was passiert? Ja! Die Aufnahme wird gelöscht. Ist auf jeden Fall ganz toll. Und zwar möchte ich euch jetzt ein wenig über das Thema erzählen und zwar... Gibt da zwei... Wieso sage ich euch so oft? So, also... Wie ihr wahrscheinlich schon im Viertel gelesen habt. So... Ist es nämlich so? Mein Gott! Äh, das ist... Ja, zwei Arten von Zuschauern. Äh, auf einem YouTube-Kanal meistens gibt. Äh, ich hab bis jetzt das noch nicht gesehen, dass es nicht gibt. Bei mir gibt es das leider auch. Aber zum Glück noch nicht so in der hohen Form. Das war das falsche Haus. Nice! Nice! Okay, ähm... Und zwar, äh, gibt es einmal die Erfolgszuschauer. Die zum Beispiel Aerosol HD ziemlich viel hat. Also, das muss ich mal sagen. Also... Er hat eigentlich fast nur Erfolgszuschauer, wie ich das so sehe. Fast nur, aber... Er hat es auch selber angesprochen in seinem Stream. Und ja, es ging mir ziemlich ans Herz... zum Herzen. Und, äh, dann wollte ich mal selber ein Video drüber machen. Weil, äh, ja... Boah, was ist denn hier los? Okay, ähm... Ja, und zwar ganz einfach. Ist es so, dass die Erfolgszuschauer einfach nur die Videos gucken, die ja, beliebt sind, die viele andere auch gucken. Und ja, einfach... Die anderen sich, die anderen Projekte nicht auf sich wirken lassen. Sagen wir es so. Ich hoffe mal, die kann ich da irgendwie runterhauen. Komm, fall runter. Ja. Oh, nice! Danke, dass du mich vorwarnst, indem du da was abbaust. Finde nicht gut. Willst du abstommen? Oh, Junge, dein Ernst? Okay, scheiße, ich muss eben kurz versuchen, auch nicht mehr zu brennen. Paisons Baba, okay. Nein! Ich hätte ihn nicht mit der Rot an. Oh! Oh, das kam jetzt gerade am perfekten Zeitpunkt. Oh mein Gott! Also, Leute, spannend, erst mal. Äh, ich wollte eigentlich gerade das Thema erklären, aber es geht gerade schlecht. Okay, erst mal. So, der ist jetzt gerade in... Guck, weeps. Okay, das ist jetzt auch... leider ein... Goldafel gesnackt. Das heißt, wir haben gleiche Chancen. Ich dachte... Das könnte es jetzt gleich gewesen sein. Glaube ich. Nein. Oh, mein Gott, alter! Was ist denn hier los? Okay. Scheiße! Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen. Äh, das war nämlich gerade schon fast unser Tod. Ich dachte nicht, dass der auch noch einen Goldapfel hat. Das war unerwartet. Aber es könnte eine spannende Runde werden. Den scheint so, dass hier auch ein paar echt gute Spieler dabei sind. Und ja, das Thema habe ich jetzt schon so oft angerissen und möchte jetzt einfach mal... Da ist wieder ein Spieler, ich glaube. Soll ich ihn in Ruhe lassen? Ich weiß es nicht, Leute. Der zwar... Da war so ein gutes Schwert. Oh, ich habe einfach so viel Schiss, das jetzt gleich... mit seinen Skills rauskommt. Scheiße nicht. Okay, er ist, weiß natürlich auch nicht, dass wir... äh, so... das haben, was wir haben. Oh, okay, äh, zack, zwei, eins, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich rede heute ziemlich wenig, aber es geht auch gerade gar nicht anders. Denn, äh, es ist einfach gerade übel schwer zu kommentieren. Oh, ich will das wieder ändern. Ne, okay, so, also, jetzt kommen wir mal runter. Und zwar, ähm, ja, gibt es was, würde ich einfach mal an euch sagen, äh, ihr könnt euch ja einfach mal die Videos angucken, von denen ihr sagt, ja, die gebe ich mir eigentlich nicht. Denn, äh, ich finde das doof. Einfach mal, könnt ihr einfach mal reinschauen. Und dann würde ich mich wirklich darüber freuen, äh, wenn ihr dann sagt, okay, ich gucke das nicht, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Ich mag kein PvP, weil ich mag das und das nicht. Äh, das würde mich echt freuen. Dann könnte ich nämlich meine Videos darauf einstellen. Und, äh, ja, das wäre echt gut. Also, wer sich wundert, was das hier oben ist, das ist der Damage-Indicator, beziehungsweise der Levy-Mod, den den Damage-Indicator drin hat. Aber, äh, der Damage-Indicator funktioniert hier nicht. So, ich könnte mal kurz versuchen, den ein wenig, okay, plästlich. Werbisschen, der versucht mich zu placen. Okay, der wird jetzt abgestaut, na, ist? Okay. Oh, mein Gott, alter, es gibt ja nicht. Es ist egal, wie viele, lowbox-spielen nicht, aber man merkt schon, die scheinen nicht, oh, lol, okay. jetzt kommt er natürlich um sich den Staff zu werden ich bin ein bisschen zu verhindern die Menschen einfach mal so hoch Gott ich bruchte es darf so die Hose habe ich schon mal ist er noch irgendwas Kacke alter Leute das gibt es doch nicht diese Runde die geht er gar nicht nennen und ist an und nachfragen doch Golder für den Bräuch dann haben wir den auch den Trecker ist auch immer nett einen Trecker zu haben okay 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 hier ist auch noch ein bisschen was ich brauche das Feuerzeug weil ich will das ja alles anbrennen ich finde ich dass es nicht alles bekommt es ist einfach instant tot okay instant tot okay ein Feuerzeug steht was up um und ja so wir könnten vielleicht mal was machen dieser einen Termin gegeben zweiten geben die nicht mehr als da eine Mensch wieder zu verabschieden und ich dachte der Wollte müssen okay haben wir wenn auch ein wenig gestorben Schäfer 1 okay 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 Prozent die Runde gefällt mir übel Calvin heißt okay er schreibt durch die abgestattet wird okay jetzt mal da können wenn die Bühne die Bühne die Bühne die Bühne das ist uns aus so denn es wird zu dem anderen Typen da rennen und den auch noch eben kurz denn ja es ist ein Problem für Ars okay der hat und ich schätze sich mit so und da hätten wir ihn Leute wenn euch die Runde gefallen hat und das angeschnittene Thema was ich auch nur ansteigen wollte denn ich will das gar nicht so krass thematisieren dann Prozent ja und lasst gerne ein leichter von der die man sich als Geld schuldet Ahrt klar und die Hörer ein wenig sehen uns so und wir sehen uns bis zum nächsten Morgen, haut rein!